Hallo und willkommen zurück zu Star Wars Battle von 2 Äh, ja, heute gab es mal wieder ein Update, deswegen auch mal wieder ein Video von mir Was ja jetzt in den letzten paar Wochen eh nicht so der Fall war Aber, ja, jetzt hab ich mir gedacht, komm, Star Wars Battle von 2 Update Gut, dann gibt es hier das Klonkommando aus dem, ähm, wie heißt das Spiel Es gibt auf jeden Fall ein Spiel, das ist relativ alt, aber es ist ein sehr gutes Story-Spiel Vielleicht kann ich es einfach mal auf dem Kanal bringen, also, äh, demnächst ja nicht Und, äh, ja, es gibt auch eine neue Karte, nämlich Fall Lucha Und einen neuen, ne, beziehungsweise zwei neue Modus, nämlich zum einen Den Coop-Modus, den kann man bis, äh, also zu viert online spielen, gegen K.I.s Und den Modus, den ich jetzt grad spiele, äh, ist, äh, Instant, ja, doch Instant Action im Englischen Und, ähm, im Deutschen sofort Einsatz, glaub ich, oder irgendwie so Und, ja, da würd ich sagen, schauen wir uns für Lucha mal an Also Instant Action gegen K.I.s Und ich hab die K.I.s extra mal auf Experte gestellt Keine Zeit zum Plaudern Der Feind hat die Kommandoposten entdeckt, die unsere Medikamentenvorräte auf Lucha sichern Regelt sie ab und verschottet die Klappergestelle Das sieht dezent arg geil aus Und ja, das ist im Prinzip wie galaktischer Angriff Der Modus, ähm, wir haben jetzt halt hier die, äh, fünf Punkte Ja, dem, wenn man, glaub ich, drei Punkte hält Füllt sich hier oben diese Prozentleiste und der, der als erstes 100% hat, hat gewonnen Sag ich, ganz einfach Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut die K.I.s Ich hab die jetzt nämlich auf den schwierigsten Schwierigkeitsgrad gestellt Es gibt hier auch so, so, so Pilze Ich glaub die da, wenn man da drauf schießt, dann Kommt da so'n giftiges Gas raus, genau Ja, mein Gott, ich seh euch nicht, ihr seid so dünn Ich esse das Ah, Gott, okay Äh, äh, die kotzen alle, Hilfe, kotzen die Pflanzen, wie ekelhaft Wo geht's hier lang, Hilfe Hier Kommt da, komm mal, du forst'n Aurek verloren Oh, bloß Äh, äh, äh Baaah Au Okay, die sind gar nicht immer so scheiße Hab ich ab 1000 Punkte Ich weiß, ich mach schon, was der hier so kann Äh, äh Ich hab auch schon mal Ich hab noch so'n Schockwelle Ja, das ist L1 und so So'n Boost Das ist wahrscheinlich L1 und R1 Das was hab ich Jo Du bist ja das Nachladen Das wollen die dir dich nicht machen Schäm dich Ich weiß immer noch nicht, wie das Spiel nochmal hieß Aber jetzt gucken wir mal so'n Ordentlichen Killshür hinkriegen Auch wenn die KIs echt nicht so scheiße sind Wollen wir die auch nicht sehen Du siehst hier quasi nichts Da ist aber So wie die Springer Hallo Was geht bei dem? Springer nochmal Aber so viel Damage macht das Ding nicht Und die Uh, ja Easy Die KIs können auch als, äh Helden rumrennen Also es ist gut möglich, dass der gleich, äh Count Dooku oder so rumsteht Jetzt hab ich gerade auch nochmal so'n So'n Komisch Giftpilz Dann geschossen Bis man in die Luft gejagt Ok, das ist nicht spräutlich extrem Oh, 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 Alter Schreibproblem Hiiii Ja, der schießt halt immer noch, obwohl er wegfliegt Arschloch Ich höre Bosk Wo ist Bosk? Da ist Bosk Hey Bosk Wenn Sie sonst zurückzuschlagen Findet Ihr nicht? Na, nein Bosk macht Aua Bosk böse Hallo Ehhh, geht auf Du, was hast'n du für'n A-Bot? Schaden mach das auch nicht Nein, lass mich Lass' mir mal Ruhe, bitte Halt Hups Wo kommt ihr denn immer her, siehst du nicht? Fällt auf der Lad sogar richtig nach. Bei den anderen ist es ja immer nur überhitzt. Da wird der Lad sogar richtig nach, ne? Komm, jetzt geht er auch. Junge, was habt ihr denn vor deinem Bot? Ihr Bots! Stirb! Ah! Okay. Klar. Kann ich, kann ich, kann... Bitte, 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 bitte. Es wird nicht funktionieren. Ha! Es funktioniert! Haha! Was kann der? Ich bin mit dem Ding noch nie gefahren. Ist völlig überfordert. Arsch? Ja, aber ich finde sie gut. Bis zum nächsten Mal. Okay, das weiß ich nicht. Nee, jetzt schauen wir uns rein. BOSK! Ich steh schlecht! Ja, ich steh schlecht! BOSK, platt! Okay, BOSK macht mich platt. Okay, Spielstopp! Spielstopp! Es ist wirklich schwierig, den Punkt einzunehmen. Vor allem, weil ich jetzt hier mittendrin bin. Wir übernehmen die Kontrolle über Kommandoposten Aurek. Aurek? Aber Aurek, sag ich einfach Alpha. Oh, na gut. Passiert! Ich sag's mal so, meine KI scheinen nicht die Experten-KI zu sein, sondern nur die vom Gegner. Ups! Also ich versuch mal, die Karte im Online-Modus zu bekommen. Wird aber unmöglich sein. Nein! 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 Nope! Oh! Ja! Wut! Laut unseres Geheimdienstes versteckt die Republik in dem Dorf dort unten medizinische Vorwälte. Wir müssen diese Vorwälte zerstören und das Großkampfschiff der Klone ausschalten. Die Felucianer müssten inzwischen weg sein. Oh Gott! Ah, ich bin nur noch drauf. Ne, ich bin blind, die Fenix-Hilfe. Bitte! Nee! War armen, Junge. Musch, freit hier ein Klon rum. Ich erkunde mal neue Wege. Nein, von hinten! Die Republik übernimmt die Kontrolle über Kommandoposten. Crash! Fick! Crash! Gab's da einen Unfall oder was? Ah! Na gut. Damit hätt ich rechnen können. Ja! Ich heb da einen kleinen zwei... Plastik... äh... Metall... Beine an! Dann stirbt! Äh, lauf! So streifig durch die Fauna von Felucia. Oder Felucia. Oder wie... Ich weiß es nicht. Granate! Granata! Granata war von den Arsch! Die eliminieren die Republikanischen Streitkämpfe! Aber kriegen die so'n Ding und die nicht? Dreckskater oben. Da! Warum ist das so'n komisches Symbol wenn ich ihn treffe? Granate auf dem Weg! Ja, das ist... Klar! Oh, boah! Ich war grad beschäftigt! Unkonzentriert! Aber ich hab einen Stufenaufstieg! So, hier auch irgendwie so'ne... Selbstmordgefährdete Plattform. Das ist mir egal! Ach, da ist Sarlacc drin, okay. Wer?! Nein! Au! Es leckt mehr wie sonst, sagt man mal so. Wer ist leckt? Das ist schon unterschiedlich. Was ist mit dir denn schief?! Jetzt hör auf hier oben zu bangen! Also... Ich rugele mich hier doch von A nach B. Aber es liegt nicht mehr, das liegt an dem Spiel. Ich glaube, es sieht zu schön. Was ist das mit euch? Hallo, ich schieße auf mich! Mal jemand erklären, was das soll. Da würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Like da lassen. Ähm, ich werde das dazu beenden, weil... Ja, es ist jetzt nichts Badenbrechendes. Und ich glaube, so nachhaltig ist das Video auch nicht. Ich werde versuchen, das so kurz wie möglich zu halten. Und... Ja. Wird euch gefallen. Natürlich gerne abonnieren, ne? Wir haben keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Von dieser geilen Leg-Show hier. Allerdings mache ich nur Videos, wenn... Nötig. Oh, was ist das für eine scheiß Fähigkeit? Du machst dem einfach keinen Schaden, oder was? Ist ja beknackt! Die Republik überniss die Kontrolle über Kommandoposten Dorn. Jetzt mal Schaden. Weil behindert, aber okay. Einen Kommandoposten. Dann sage ich tschüss. Bis zum nächsten... Video. Nein. Das war aber gut. Boah, der will rein, ja. Ist denn mit euch schief? Ja, ich hab dieses... Also, Leute. Oder werden es abgeschaltet? Nicht rumwiegeln. Ah, was war das? Äh! 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 Ich will platzieren! Ich schluck dich! Guck mir herrum! Peter! Ah! In den Ausch! Boah, er hat sich weggepackt. på mit caused. A من eurem habe den ogыliooks searched! Wählen äh! Dude! Ich gehe zu schnell!